So, die beiden Truhen tun wir jetzt alles was wir gefunden haben. Also, alles was wir gefunden haben. Lege alles rein, was wir gefunden haben. Ja, mit Sauber Tisch. Ja, mit Sauber. Ja, mit Sauber. Also, der ist fertig. Können wir auch noch Sachen rein machen. Ich habe hier so viel Essen. Dann müssen wir das Zeug, das wir nicht gebrauchen können. Hier reinlegen. So. So. Das Zeugs wie Betten. Hier bitte nicht reinlegen. Das Zeugs. Normales Zeug nicht reinlegen. Das Zeug nicht reinlegen. Das Zeug nicht reinlegen. Ähm. Ähm. Die Sachen reinlegen hier. Ja, die Bücher können wir auch reinlegen hier. Ähm. Ist leer. Der da. Alles ist normal. Alles normaler Zeug nicht reinlegen. Ähm. 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 So, die nächste Rucksack. Die nächste Rucksack. Okay. Lol. Chocopedia. So. Lol. Chocopedia. Quantum Googles. Yeah, let's see. So. Hier noch dieses Zeugs. So, hier. Okay, gut. Ein Herz. Nein, können wir noch nichts machen, oder? Herz. Herzkanister mit einem verzierten Apfel. Aha. Okay, die bringen noch nichts. Wir brauchen die Magic Essenzen. Die Elektrik Essenzen. Holz, glaube ich. Und Goldbahn. Ähm. Holz. Ähm. Lass mir herstellen kurz. So. Jetzt schauen wir mal. U. R. Die da. Die da. Irgendwie konnte man das... Das ist schwer halt, wenn man es nicht weiß. Wir schauen mal an den Stab. Ah, Diamant. Nicht Gold. Diamanten. So. Diamanten. So. Und Ding. Machen wir zwei Stäbe. Und jetzt. Oh, da wird er sich freuen. Hier. Hier. Juhu. Ähm. Achtung. Wie geht schnell. Kaputt. Ja. Verzaubern. Mach mal einen Raum mit Bücher. Regalen. So. Wir brauchen Obsidian. Ah, geht nicht. Es wird langsam laut. Ich muss mal behören kurz. Hallihallo zurück. Wir sind gerade in einem Fest und das wollen wir uns möchten. zeigen. Wir wollten einfach nur ein bisschen minen und haben dann alles hier gefunden. Und. Ja. Hier ist viel los. Es ist alles untätig unter dem Meer. da ist er. Hier ist jemand sehr gut. Ach so. Hier bin ich Netz. Ich fand Durchsatz zumBrinder. Undото. Wobei zuerstausch. Ich faszin experience. Ich faszin das auf. Sehr viel los. Ja genau, ich spreng das mal weg, dankeschön. Ich liebe manchmal die Glieder. Aha, einer mit Dunkelheit. Das sind so Rare-Monster. Die haben immer Verzerberung und das war jetzt mal Dunkelheit. Da gibt es noch Fehler und dann zum Beispiel Netz. Das ist so ein Netz, sichtbar unter dir erscheint. Oh, das wird wieder so ein Explodieren und ein Netzer. Ah, 3-3-8-Augst. Schön. Hast du noch Platz? Ich habe auch keine Forkel. Schön. 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 ido